So Leute, weiter geht's! Gute Spice hier gemacht, gute Spaghetti gegessen. Let's go! Haben wir da eh nix. Wir müssen sowieso mal unser Lager an. Uh, warte, 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 warte. Wenn wir schon vorbeigehen. Wenn wir schon vorbeigehen. Uh, Mini-Beleber. Hilfe! Anwendung, was ist das? Oh, das war sehr praktisch. Na, ich hätte mal gesagt, nur Beleber-Samen. Auf Chili-Vanille-mäßig. Passt. Und sowieso. Komm, komm zu mir, scheiß Wohlkind. Ich brauch die. Ich will ein Kind bei dir. Na, Wulst? Na. Ja. Ich will mir sagen, schauen wir mal. Wir haben eigentlich eh nicht so viel Müll. Aber trotzdem. Ich gib mir mal ein bisschen was weg. Wenigstens ein bisschen was. Wenigstens die Äpfel. Weil... Wir werden doch ein bisschen... Okay, jetzt fahr mal wieder hin. So, aber... Dann lassen wir noch zwei... Dann lassen wir's vor. Passt. Und was abholen? Ja... Bank ist eh so wenig. Lassen wir's. Lassen wir's mal. Lassen wir's mal. So. Von dir nehm ich jetzt mal ein Geld weg. Und die brauch ich jetzt eh ein bisschen Geld. Einfach mal voll idiot. Ich find' aber irgendwie komisch. Wieso? Wenn ich das schon extra in die Bank gibt. Ja, ist ja natürlich super, dass eine Bank und so alles drumher dran gibt. Aber wieso? Kann ich das nicht einfach, wenn ich schon hier bin, ein Zusammenkonto haben. So viel Chili kann. Ja, haben wir da wohl noch eins. Aber... Ist ja wurscht. Ist auf der letzten. Vier tausend gibt's nix. Glaub nur sieben oder sechse. Also behalten wir sie den Rest. Und weiter geht's. So. Wo haben wir denn da noch was. UUUUUUUUU-UUG Abraham dosi! Ja, da nehm ich gern doch was. Oida! Oida Verwalt da! Isch dunarisch! Nicht schlecht! Not schlecht! Die Auswahl! Frostwald, na schon, na schon, na schon! Agmaöle! So langsam, so langsam! gut ein begleiter aber noch dazu wenn wir sehen wie wir da weiter schauen müssen dann welche ebene dies zu sehen ist aber das schaue ich mir dann an wenn du nirgendwo am stahl ist wieder platz wenn am ende muss dazukommen also für den hauptschild aber sowieso besser lieber kleines untere besser lieber kleines untere sonst haben wir wirklich immer auch schon die hier muss schon ganz schwer ist die mosche jana sicher wir haben die zwei schufe erst ruhig dabei ist also immer dieser solarstall aber trotzdem eigentlich der eigentlich wurscht wenn es so trefft herum geht da kann man so ist alles gut so und du gehörst? so, auftrag dazu! perfekt! der gehört eh dazu! nice, nice, nice! wir haben da genug noch zum tun. hätte ich mal gesagt, dann schauen wir weiter. solange wir sowieso loswerden, gibt es sowieso jetzt einmal in der nächsten zeit keine... ganz, äh, gibt es so genug aufregen eigentlich noch. solange wir ihm nicht los sind. also wollen wir erst recht keine sorgen machen. ob wir dann auch ihm das verpassen. oh ja, schön brav, leider. okay, das ist erstmal nicht. Irgendeine, jetzt habe ich extra so viel Geld ausgeben. ja, na, schau! gleich mal die nächste Anwerber! na, perfekt! da hat sie doch gehabt. ich bin ein guter Kachbar, ich muss ins Team rein. na, perfekt! perfekt, Alter! musst du sagen, dass du ein Camp hast mit viel Geld und dann kommen sie alle daher. ja, kommen sie alle daher, mit einem Mund. oh, schön erwischt! schön, 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 schön! wirklich schön erwischt! okay! jetzt kommt... ja, jetzt können wir das Recht! ah, jetzt können wir ruhig kämpfen, weiter! jetzt ist auch schon wurscht! ja, du wirst... nee, wir machen doch mal was! besser ist, besser ist! denn jetzt ist sowieso so sehr, so ein Stahl auf, ist... nee, ich geht sie gar nicht raus! ja, geleg mich! ei, ei, ei! Das sieht gar nicht aus. Schade, wirklich schade. So, next! Aha, lass ihn raus gehörst du, wen haben wir denn da geholfen? Gut, malal, was machen wir denn hier? Was? Der hat sogar... Was? Was? Alter! Einfach überlebt! Einfach überlebt! Leck mich fett! Alter! Der hat sich ja voll drauf gehabt. Einfach überlebt der Urn da. Also, wenn ich jetzt schon wieder mehr sehe als wie 4 in einem Bereich, dann überlege ich schon ganz gut, ob ich hingehen sollte oder nicht. Ein Wunder, dass der grönen Schaden machen kann. Okay, das war auch eine gute Stärke dahinter. Muss ich mir auch dazu sagen. Ooooooooh, NEIN! NEIN, du Hohenkind! Die Leber! Brauche ich unbedingt! Und kommt mir der so daher, alter! Du scheiß Missy, du! Geh, fick dich, alter! Fick dich einfach nur ins Knie! Ooooooooh, auf voll Leiband! Auf voll Leiband! Glein mir daneben gleich die Treppen! Auf her, next! Schauen wir mal! Na tschüss! Ob es euch da helfen? So ein Auftrag? Uuuuuh, NEIN! Na sicher! Guck mal, Engi da! Engi! Mach dein Geld! Ha! Hach! Na ja, schau'n wir mal! Ob es ein Kollege werden kann, oder ein Auftrag ist! Ha! Auftrag! Nein, wir ihn! Da bleibt uns ja noch was! Bleibt uns ja noch was erholen! Hach! Lagernd! Wenn wir einfach sagen, Ja, wir brechen einfach an! Und, hi-h! Muss zurückgeschickt werden! Ein Paddle, oder? Das erledigst du, Digi. Das erledigst du. Mach einfach einen Kigelsauer und schütze den Balli. Mh, Mama hat doppelt gemoppt, oder was? Ha! Was? Da kommt nur einer dazu? Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, ist ja kein Problem. Ach, jetzt kommt so ein Schuxel der Herd. Ja, so ein Kind, so ein Kind. Möchte gern Ficker, oder? Möchte gern Ficker. Nix. Rätselschlüssel! Aber das ist von Azuril. Oh, ich hätte gern gewusst, was das ist. Das hätte ich gern gewusst, was das macht. Hm. Das hätte ich gern gewusst, was ein Rätselschlüssel ist. Ach, vielleicht kriegt man den als Belohnung. Das ist ja Bombe. Wenn wir den als Belohnung kriegen würden. Das ist schon sehr fein ein Rätselschlüssel. Aber das ist in einem Azuril. Oh, Moin. Was? Was, 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 was? Was hat man das nicht so einfach so her? Da. Geht einfach so spazieren, oder was? Normalerweise bist du ein Item. Oh, ja, da. Aber trotzdem Rätselschlüssel. Doch, nie. Von den haben wir noch nichts gehört. Oh, ich frage mich wie ein Rätselschlüssel. Interessant. Ich schau noch ganz kurz für alle Fälle, wie viel haben wir denn noch? Oh, vor Ebene 13 brauchen wir sich gar nicht einmal daran denken. Bist du narrisch, das Mauerfern? Ja, bist du teppert. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es kann wieder zu Problemen führen. Es kann wieder zu Problemen führen. Genau, ja. Oh, egal. Oh, egal. Oh, egal. Oh, egal. Genau, ja. Ja, gib ihm. Gib ihm. So, den holen wir sich auch noch dazu. Oder wenn du so auf Teppert schon vom Wein da herumtut. Hui. Ui, fix, nice. Schon wieder Link. Ich komm, oder? Alter, müssen wirklich schon so viele Link-Boxen haben, oder wir könnten sie alles dumm und teppert verkaufen? Was ist denn? Haben wir das jetzt nicht so ganz gut gemerkt? Nein, nein, nein. Ist das nicht so... Nein, nein. Okay, okay, okay. Du hast gut zu wissen. Machen wir einfach die ganzen Wixler da fertig, die was dort sahen. Und schauen, wenn die alte ist. Na boom. Na boom. Na boom. Ha. Ach du Scheiße. Na super. Machen wir da mal einen Gigasaugerer. Ist ja perfekt. Ist ja nice. Ich bin sicher. Ob zwar vielleicht schon... Bin ich voll? Ich weiß gar nicht. Nein, 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 nein. Schau, Alter. Was für ein Klick. Was für ein Klick. Aber jetzt. Jetzt muss ich voll sein. Warte kurz. Was für ein Klick. Da ist auch noch nichts. Also... Nein, nein, nein. Da ist noch. Da ist noch noch. Ich habe mir das schon gedacht. Toll, ist sonst noch nicht zu wenig. Jetzt fehlt mir was. Jetzt sind wir definitiv 8. Jetzt kann ich mir nichts mehr vorstellen. Ja sicher gehen wir weiter. Erst mal rein. Ich muss erst mal rein. Ich weiß nicht, der sie sich nicht mehr lit. Das kann lustig werden, das kann lustig werden, das kann lustig werden, das kann lustig werden. Na komm her, na komm her, wenn's nicht da ist. Udi! Nein! Der nächste, na danke, na danke, Alter. Eieieieieiei. Früher hat man sich gefreut, ja die kommen endlich zu mir und jetzt auch. Jetzt kriegen wir alle in Ohrscheine. Jetzt kriegen wir alle in Ohrscheine, ein Wahnsinn. Der nächste Wichser! Na danke, nein, weg mit dir! Park dich nicht! Wir brauchen nur eine Eiche! Wir brauchen nur eine Eiche! Das ist gut, ich... Wollen wir mal den hier. Ah, der macht schon wieder vor Ort! Der Fecht! Ist schon wieder hier! Alter! So viel, Alter! Scheide ich die Wanderung! Was haben wir da gehört? Ah, ich will mich jetzt gar nicht! Alter! Was macht der mit der Erholung, Alter? Wie ist der Teppert? Das ist alles besser! Na bitte. Nein! Geh! Das brau... Na! Wir brauchen nur Neiche, Alter! Nur Neiche wär' mal super! So, sagen können, brauchen wir definitiv hier einmal. Ich bin schon mal die Nächsten abgeschüttet. Alter, der macht eh schon wieder vorbei, macht er wieder alle fertig. Geh bitte, brauchen wir sich ja keine Schwung machen. Er macht wieder einen Sauger, den dir alles ausgeklutscht. Ah, Wahnsinn. Nein, jetzt wird es aber schon lächerlich. Alter, wer hat das Item, Alter? Irgendeiner muss so ein Item haben, dass da 100.000 Leute dazukommen können. 100%! Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Irgendeiner muss das Item haben. Irgendeiner muss so etwas haben. Sonst kann ich es mir wirklich anders nicht vorstellen. Ja, Gebeam, Gebeam, Gebeam. Ja, jetzt hat er eh mich als Teele, also es ist eh wurscht. Perfekt. Tschüssili. Tschüss, Babali. Tschüssili. So. Ich warte ja eigentlich nur drauf. Das wird er vielleicht wieder ein paar viel höher kommen. Also da weil, 2.33, 3.33, 2.33, ist ja ganz nett. Aber wir wollen ja die 35 erreichen. Nur dass ich Bescheid wisst. Habe ich eh schon über die 100.000 Mal andere Sachen gesagt habe. Aber ist ja so. Ist ja so. So liebe ich es. So liebe ich es. So liebe ich es. Gleich mal direkt daneben. Baba. Aber jetzt wird es dann langsam zart. Also nicht weniger sammeln. Ja. Sondern. Oh. Das wäre super, wenn der kommen könnte. Der wäre super, wenn der kommen könnte. Oh. Aber alles super gegen. Super gegen. Hallo. Oh. Der wäre richtig genial, Alter. Alter. Komm ins Team einfach. Komm einfach ins Team. Komm, Alter. Du bist genau ein an dem, was ich Urgehen haben möchte. Ich frage mich jetzt mal hin und wieder, warum die eigentlich manchmal in einem Schneegebiet sind etc. Na manchmal macht das aber auch überhaupt keinen Sinn, wo die Pokémons leben. Überhaupt nicht. Da wollte ich was sollen. Warten weg. Nur drum herum gehen. Oder was? Nur wegen dem Scheißdrecksitem. Ja bitte. Wir verfolgen eh schon den anderen Hapschi. Oh. 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 Alter. Jetzt schon wieder voll. Leck mein Zipi, oder? Bist du nagelisch. Jetzt schon wieder voll. Ach du Scheißen. Bist du scheißen, oder? Jetzt schon voll, oder? Bist du da? Das wäre geil, wenn wir die kriegen würden. Das wäre auch geil. Ah. Immer die, immer die Leihwandten wollen es nicht hergeben. Die Leihwandten müssen natürlich ganz, ganz schwer sein. Die müssen es natürlich ganz schwer machen. Den haben wir schon. Den interessiert mich nicht. Elektrik, du bist dran. Na schauen wir mal. Wo finden... Oh. Oh. Perfekt. Patronum. Let's go. Weiter geht's. Ebene 13. Den.. ... haben wir wieder noch. Den hol ich mal fix. Den hol ich mal fix, Alter. Den hab'schi, der gehört Schon mir. Den ham er noch nicht. Des weiß ich. Des weiß ich. Den ham er noch nicht. Gib ihm jetzt ein gescheiter. Schlechte Wahl, schlechte Wahl im Nahen zu greifen. Was war das mit der vielen Scheißdreck? Das habe ich von Andrea gemacht, obwohl er bei ihm war. Da hat er für heute keinen Angriff. Das muss man auch dazu sagen. So, Gott sei Dank haben wir ihn noch nicht drin. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir haben, wie sie noch, ist ja wurscht, sie kommt weg. So, einsammeln, nächstes. Guck dir ja schon wieder den nächste Bar. Fuck. Auf ganz nett. Auf ganz nett. Die nächste Bar. So muss das sein. Der ist aber noch fucking 20. Pfui. 20. Nein. Nein. Oh Mann. Wieso muss der auf 20 sein? Ich hätte keinen höher. Oder wenigstens ein Level. Okay, ein Level ist aber unendlich. Aber trotzdem. Ein Level. 30. 30 wäre schon okay. Aber jetzt. Jetzt, wo wir dann uns vorbereiten. Ja. Schön. Schön. Was sehe ich jetzt schon. Dass wir eben haben können, bitte. Aber, na. Auf der anderen Seite. Ja. Ja. Irgendwann haben wir ja einen Fix. Irgendwann habe ich einen F-Fix im Team. Es dauert halt einfach alles nur. Ich werde halt immer schauen, dass wir dann auch immer wieder ein bisschen abwechselnd da die Pokémons da nehmen werden. Damit wir hier auch ein bisschen mehr Abwechslung haben. Und nicht immer nur die gleichen. Ja. Ist eh klar. Ja. Ja. Vielleicht wird das ja auch irgendwann mal einen komplett anderen Spiel. Wer weiß. Wer weiß. Beziehungsweise. Wer weiß. Wie stark sich das Spiel dann eigentlich nach der Story noch verändern wird. Kann ja auch möglich sein, dass viel, viel schwierigere Missionen noch kommen werden. Brudi. Schon wieder nicht gesehen. Digga. Bist du mich jetzt angepicken oder was? Voila. Voll uneidig. Voll uneidig. Da will ich mir sagen. Geh ma. Mit. Mit so zwei, drei, neu. Perfekt. Perfekt. Haha. Nice. So macht man gerne eine Mission. So macht man es gerne. So. Da kommst du ins Team Popperl. Da kommst du schon eine da. Ohne Spitznamen. Na es gehts. Es gehts. Es gehts. Du weißt eh von wo es gekommen bist oder? Ja ja. Ich hoffe es für dich. Hat gut soweit. Pulti. Bin ich gar nicht gewohnt. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. 500 fast. Bruder muss los. Voila. Gut. Gut. Na gut. Jetzt schauen wir mal. Isak. Nein. zu drei Viertel. I sag nein zu drei Viertel. I sag nein zu drei Viertel. Aber trotzdem. I sag nein zu drei Viertel. I sag's nein. Und ich glaube, wir haben relativ viele noch, die was 75 oder 60 noch hergeben. Ich sag nein. Ich glaube, wir brauchen Minimums noch. Ich würde sagen, so drei Runs brauchen wir fix und dann sind wir nächsten Rang. Ich sag drei Ränge, also drei Durchgänge brauchen wir fix noch. Kommt natürlich darauf an, wie viele es da sehen, das ist eh klar. Aber ich sag mal, drei Durchgänge sind mal safe drin. Überhaupt, dass wir mal drei Viertel geschafft haben, die ist das jenes. Und es kommt halt darauf an, wie viele Aufträge wir hier haben. Und wenn es wieder so am Bar sind, dann brauchen wir vielleicht sogar schon fünf oder sechs.